Ahoi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Empowern Cut. Mittlerweile haben wir jetzt schon die 20. Das kann man eigentlich ganz gut feiern. Wir sind heute im Schwerener Schlossgarten und zwar bei einem Heckengarten. Was das ist, gucke ich mir gleich an. Aber jetzt geht es erstmal an die heißen Highlights der Sendung. Viel Spaß. Und das seht ihr heute. Niklas beim Fechttraining und die Ausbildungsmöglichkeiten im Strandhotel Jübner. Wir haben unseren Sportreporter Niklas bereits zum Handball und zum Julo geschickt. Jetzt steht Fechten auf dem Programm. Da hatte er gar keinen leichten Gegner, denn er kämpfte gegen jemanden aus der Fechtjugend-Nationalmannschaft. Wie es da ausgegangen ist und ob er noch beide Augen hat, das seht ihr jetzt. Moin moin liebe Sportsfreunde. Wie man sieht, bin ich heute wieder sehr schön fein angezogen. Es erinnert ein wenig an Judo, aber tatsächlich bin ich beim Fechten bei der Fechtgesellschaft Schwerin und ja, ich kriege hier so ein kleines Privattraining, kleinen Einblick und was das geworden ist, das seht ihr jetzt. Nachdem das Ankleiden schon eine gefühlte Ewigkeit brauchte, ging es endlich los. Aufgrund eines viertägigen Trainingslagers der Fechter in Halle, das mit einem erfolgreichen Turnier endete, machte der Großteil nur Beinarbeit. Aber mit Gabriel und Moritz bekam ich zwei Jungs an die Seite gestellt, die sich für mich die Fechtsachen geschnappt haben und zeigten, wie der Umgang mit dem Florett funktioniert. Beide haben schon viel Erfahrung in diesem Sport gesammelt und haben auch schon den ein oder anderen Erfolg zu verzeichnen. Bei den Landesmeisterschaften ist unser Verein regelmäßig erfolgreich. Da konnte ich auch schon die einen oder anderen Landesmeistertitel erringen. Und neulich bin ich sogar Mitteldeutscher Meister geworden im Juniorenbereich. Ich fahre natürlich zu vielen Turnieren international, immer jedes Jahr. In meiner Altersklasse gibt es drei, vier Stück, zum Beispiel in Wien oder in Cabrières, das ist in Frankreich. Nach Budapest bin ich auch gefahren und in der deutschen Rangliste bin ich jetzt Platz 9, glaube ich. Und wenn ich Glück habe oder wenn ich jetzt erfolgreich bin das Jahr, dann hätte ich auch eine Chance zur WM zu fahren, wenn ich Platz 4 werde. Start mit der korrekten Beinarbeit. Dies ist eigentlich das Wichtigste im Fechtsport. Mit einer guten, rhythmuswechselnden Beinarbeit kann man seinen Gegner aus dem Konzept bringen und so besser einen Treffer landen. Moritz zeigte mir, wie das richtig geht und für mich überraschend, ich lernte sogar recht schnell. Danach ging es auch schon bei einem Gefecht gegen Moritz richtig zur Sache. Nach der Verkabelung an der Elektronikanlage, die einem anzeigt, wer den Treffer gelandet hat und auch dem sogenannten Obmann, also zum Vergleich wie der Ringrichter beim Boxen, die Entscheidung zu erleichtern. Der Obmann spricht übrigens ausschließlich Französisch mit den Fechtern. Denn Fechten kommt ursprünglich aus Frankreich. Darauf folgte noch eine kurze Regelerklärung für das Florett. Im Gegensatz zum Säbel und zum Degenfechten wird beim Florett nur der Torso, also der Oberkörper, ohne Arme als Trefferfläche gezählt. Die Faszination gerade zum Florettfechten ist daher klar formuliert. Die Stürzpunkte wie Tower Bischofsheim oder Bonn, die bieten natürlich beides an. Also alle drei Sachen. Und da kann man sich das dann aussuchen, je nachdem wie man sich bewegt. Da sind ja spezielle Anforderungen dann gefordert, um Florett zu machen oder Degen oder Säbel. Und ich würde jetzt mal behaupten, dass Florett das anspruchsvollste ist, weil es da dann auch die kleinste Trefferfläche gibt und sehr viel mit Taktik gearbeitet wird. Nachdem mir dann auch die richtige Begrüßung vor dem Gefecht gezeigt wurde, hieß es Maske auf und En Garde. Gegen Moritz schlug ich mich im wahrsten Sinne des Wortes gar nicht mal so schlecht. Klar hat er nicht richtig losgelegt, aber ich verlor immerhin nur 10 zu 5. Ein richtiges Gefecht geht in der Regel aber bis 15. Und auch trotz, dass die Kleidung verdammt warm ist, macht es einen wahnsinnigen Spaß. Kein Wunder, dass die Rekrutierung von Jugendlichen auch hier in Schwerin immer weiter vorangeht. Wir sind um die 70, 60 bis 70 Fechterinnen und Fechter im Schüler- und Jugendbereich. Das erweitert sich dann natürlich auch nochmal um den Seniorenbereich, um passive Mitglieder, ehemalige Mitglieder, sodass wir einen insgesamten Status von ca. 120 Mitgliedern bei uns hier haben. Und die Jugendlichen kommen gerne zu uns. Danach folgte noch ein Gefecht, und zwar gegen den vermeintlich stärksten des Vereins, Gabriel Hamann. Fechter im Deutschen Fechterbund der Junioren-Nationalmannschaft. Und ja, was soll ich sagen? Ich konnte ihn, durch welches Naturwunde auch immer, 10 zu 3 besiegen. Ich glaube trotzdem, dass er mich gewinnen lassen hat. Mein Fazit, es ist einfach eine sehr coole Sportart und man muss sie einfach mal ausprobiert haben. Wenn ihr jetzt Bock bekommen habt, könnt ihr euch auf der Website der Fechtgesellschaft Schwerin über die Trainingszeiten informieren und in der Sporthalle der Friedensschule gerne mal vorbeischauen. Also en garde, prête, allez, die Fechter freuen sich auf euch! Das Strandhutteil Hübner in Warnemünde bildet seine Auszubildenden in vielen verschiedenen Teilbereichen der Hotelleriebranche aus. Wir durften vier Azubis begleiten und mal reinschnuppern, was diese Teilbereiche alles so in sich haben. Ob da was für euch dabei ist? Schaut rein! Montagmorgen in Warnemünde. Natalia, Steven, Corwin und Julia machen sich auf den täglichen Weg zur Arbeit. Trotz ihres doch verschiedenen Alters verbindet alle eine Gemeinsamkeit. Die Lehre im Strandhotel Hübner. Das Vier-Sterne-Hotel bietet Ausbildungsgänge in allen wichtigen Fachbereichen der Hotelbranche an. Dabei lernt jeder Azubi alle Bereiche des Betriebs kennen. 95 Zimmer und Suiten warten hier auf Besucher von nah und fern. Und damit diese zuerst vor allem den guten Start finden, gibt es Menschen wie Corwin. Er kümmert sich in seiner Ausbildung zur Hotelfachkraft unter anderem um das Ein- und Auschecken der Gäste. Bearbeitet Buchungen und Büroangelegenheiten und ist auch sonst die helfende Hand in der Not. Er steht den Gästen noch dann gern zur Seite, wenn andere feiern oder ins Wochenende starten. Mir persönlich macht das sehr viel Spaß. Ich finde, dadurch, dass man auch so viele verschiedene Gästetypen hat, besonders auch hier am Empfang, hat man eben die Möglichkeit, mal auch neue Leute kennenzulernen, auch mal an sich neue Perspektiven herauszufiltern. Und dadurch. Gerade hier lebt man das Prinzip, arbeiten wo andere Urlaub machen. Vor allem auch wegen der unmittelbaren Nähe zum Sandstrand. Hier heißt es Meeresluft genießen, Seelebaum entlassen und das vielleicht sogar als kleine Belohnung zum wohlverdienten Feierabend. Doch erstmal zurück zu unserem Gast. Nach erfolgreichem Check-in geht sie ins Restaurant. Dort nimmt Steven, Azubi im zweiten Lehrjahr, ihren Mantel entgegen. Der angehende Restaurantfachmann findet immer den passenden Tisch für jeden Besucher und berät auf Wunsch bei der Auswahl des Gerichts. So kommt man halt ziemlich aus sich heraus, so mal an fremde Leute ranzugehen und zu sagen, was Sache ist, so nach dem Motto. Ja, man lernt halt neue Leute kennen, Leute können einen kennen. Ja, man ist halt ziemlich flexibel, was das angeht. Also man, von A nach B, dann ist das mal anders, mal das anders. Man muss sofort bereit sein für alles. Ja. Fisch, Steak, verschiedenste Variationsmöglichkeiten für Salate. Nur einige Auszüge aus dem Speiseangebot. Ist das passende Gericht erst einmal gefunden und das Tischbesteck angepasst, geht es zur Weitergabe der Bestellung an die Küche. Hier nimmt Julia, Azubiköchin im dritten Lehrjahr, den Auftrag entgegen und macht sich an die Zubereitung der einzelnen Bestandteile. Dabei ist neben dem Gespür für Feinheiten wortwörtlich Fingerspitzengefühl gefragt. Gerade zu den Stoßzeiten kommt es darauf an, schnell zu sein und dennoch gründlich zu arbeiten. Man muss auf jeden Fall improvisieren können, aus brenzlichen Situationen versuchen, den kühlen Kopf zu bewahren. Und Spaß, Humor auf jeden Fall, das ist wichtig. Ausdauer wäre nicht schlecht. Offenheit, Freundlichkeit, aber das ist ja sowieso Grundvoraussetzung. Und einfach die Leidenschaft daran, dass man das halt wirklich, diesen Beruf gerne macht. Während unten gemütlich gespeist wird, macht sich Natalia an die Vorbereitung der Zimmer. Denn bis die Gäste ihre zuvor verlassenen oder gerade erst gebuchten Räume frisch betreten können, ist einiges zu tun. Die Auszubildende weiß, mit welchen Handgriffen sie ihre Arbeit in kurzer Zeit möglichst gründlich erledigen kann. Dabei sind das Machen der Betten oder der regelmäßige Griff zum Staubwedel nur einige Punkte, um die Räumlichkeiten wieder zurück in ihren Originalzustand zu versetzen. Man muss flexibel, teamfähig sein und fleißig natürlich. Und so neigt sich unser kleiner Blick hinter die Kulissen dem Ende zu. Wenn dich die Neugier gepackt haben sollte, dann schau einfach vorbei und informiere dich vielleicht schon jetzt für das kommende Ausbildungsjahr beim Strandhotel Hübner. Ich hoffe, diese beiden Beiträge haben euch gefallen. Das war es mal wieder mit der 20. Sendung von MVNCUT. Ich hoffe, ihr seid die nächsten 20 Sendungen auch wieder dabei. Und ich hoffe, ich kann sie auch wieder moderieren, weil ich muss jetzt irgendwie rausfinden, denn eher ist es ein Labyrinth als ein Heckengarten. Naja, wir sehen uns. Guckt auf Facebook vorbei, auf YouTube. Teilt die Seite, teilt alles. Bis dann. Bis dann.